Willkommen zurück bei The Book of Unwritten Tales. Ja, und wir sind hier unseren kleinen Cheep-Cheep, der voll strotzt hier mit seinen Muckis. Und ja, rede ich mal mit ihm. Gab es unterwegs irgendwelche Probleme? Gut, und die Schildwachen haben dich einfach passieren lassen? Ja, dir vertraut man. Hm, oh. Da drin ist er also? Unser Hippogreif? Warum hat das Gestüt ihn verpackt? Hätten sie ihn nicht einfach neben dir herfliegen lassen können? Du meinst, er war schon in der Kiste? Du hast ihn gar nicht gesehen? Dein Vertrauen möchte ich haben. Naja, wenigstens ist er munter. Dann machen wir auf, oder? Cheep hat den Hippogreif blind gekauft. Sein Vertrauen in das Gestüt Ecoleus ist größer als sein Misstrauen in die Verschlagenheit der Menschen. Ganz ruhig, ich bin ja schon dabei. Was ist das? Was ist das? Gesundheit. Was hat denn die Kiste? Der kleine Kerl verfügt über genügend Kraft, um eine schwere Holzkiste zu zertrümmern. Das ist immerhin ein gutes Zeichen. Der Boden der Kiste ist mit Zeitungspapier ausgelegt. Wie lange der Kleine wohl darin aushalten musste? Ähm, Cheep? Sah der Hippogreif in deinem Magazin nicht anders aus? Größer? Mehr Greif? Weniger Hippo? Ob das die Seuche ist? Mutter sagte, sie verwandle Dinge. Naja, Gesundheit. Okay, äh, reiht mir auf den Hippogreif. Du bist stark, oder? Du konntest immerhin die Kiste zertrümmern. Kannst du mich bis nach Seefels tragen? Also schön. Der Erzmagier ermordet? Von Wilbur Wetterquarz? Da ist irgendeine Schweinerei im Gange, Cheep. Ich glaube weder das eine noch das andere. Irgendjemand ist für diese Seuche verantwortlich und irgendjemand will unseren Freunden schaden. Auf nach Seefels. Das ist ja cool. Was? Aber Wilbur soll Alistair getwittert haben? Glaube ich nicht. Wenige Tage zuvor in Seefels. Wilbur! Mein Name ist Wetterquarz. Professor Wetterquarz. Sie wollen uns unterrichten? Äh, ja. Warum denn nicht? Sie sind ein Gnom. Gnome können nicht zaubern. Ich schon. Bei meiner Magierausbildung habe ich... Äh, ja. Meine Mutter weiß auch, dass Sie kein Lehrer sein sollten. Aber ich finde Sie ganz toll, Herr Professor. Äh, danke. Sagen Sie, Professor. Was genau ist die magische Konstante? Wie lange muss ein Veritaserum reifen? Was können Sie uns zu altmagischen Runen sagen? Ah, ruhig und setz dich da hin. Das kann ich alles beantworten. Einmal später. Wie wäre es, wenn du dich erstmal richtig hinsetzen würdest? Nö. Nö? Das heißt, nein, Professor. Oder eigentlich ja, Professor. Nö heißt ja, Professor. Das wird noch zu einigen Missverständnissen führen. Also, die magische Konstante, Veritaserum, altmagische Runen. Wir wollen doch was lernen. Das kann ich alles später beantworten. Du scheinst erstaunlich viel über Magie zu wissen. Mehr als Sie auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir die Plätze tauschen. So, so sind wir zu meiner Zeit nicht mit Lehrern umgesprungen. Zu meiner schon. Wir hätten gerne Antworten auf unsere Fragen. Also? Oh Gott, was ist das denn für ein Pflegel? Ich, ähm, werde dir all deine Fragen beantworten. Aber nicht jetzt. Geschichte der Zauberei steht auf dem Stundenplan. Dann eine Geschichtsfrage. Wie jeder weiß, sind Gnome völlig inkompetent, wenn es um Magie geht. Um genau zu sein, gab es nur einen einzigen Gnom in den letzten 800 Jahren, der als großer Magier in Erscheinung getreten ist. Er besiegte Crema, den letzten der großen Drachen. Wie hieß er doch gleich, dieser letzte große Gnome-Magier? Er hieß, setz dich richtig an deinen Tisch und stell keine dummen Fragen. Aber heißt es nicht auch, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten? Genauso wie es keine schlechten Schüler geben soll, sondern nur schlechte Lehrer. Alter, dieses Kind frech. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Wir, ähm, schlagen unser Textbuch auf. Auf Seite 100 und... Ich hatte also recht, oder? Sie wissen gar nichts. Nicht einmal, wie der einzige große Magier ihres eigenen Volkes hieß. Ich, ähm... Ich brauche nur einen Schluck Wasser. Frosch im Hals. Ha! Oh Gott, was ist das für ein Gör? Oh Mann. Meister Markus hat mich gewarnt, dass mich die Schüler in den ersten Stunden testen würden. Aber das hier ist ein Albtraum. Ich, ich weiß diese Dinge nicht. Ich, ich weiß gar nichts. Ganz ruhig. Lass dir etwas einfallen, Wilbur. Gut, jetzt... Ach, super. Jetzt sind wir also Wilbur. Okay, er misst ihm in den... Ich habe eine Schale mit frischem, kühlem Wasser für meinen Mitbewohner. Ach, so Schande. Ich nehme die Schale vor der Wasser. Mitnehmen ist die Schale ungeeignet. Ich meine, wie soll ich eine Schale mit Wasser in die Tasche stecken, ohne meine ganze Robe zu bekleckern? Tja, das... Es ist ja nicht so, als könnte ich alles Mögliche einfach so einstecken. Hm. Aber hier im Zimmer könnte ich die Schüssel wohl benutzen. Mit... Fridolin. Willst du etwas Wasser, Fridolin? Er scheint vor allem Hunger zu haben. Okay, hier kann ich auch mal nichts machen. Was haben wir denn hier alles? Boah, das ist... Wow. Das ganze Schulgebäude ist etwas unheimlich. Niemand weiß genau, wo es in den letzten 20 Jahren gesteckt hat. Es war von heute auf morgen verschwunden und ist ebenso überraschend wieder aufgetaucht, nachdem der Krieg vorbei war. Steckt eine Menge Magie in dem alten Gemäuer. Der Kachelofen ist zum Beispiel immer an, obwohl ich ihn nie befeuert habe. Jetzt im Winter ist ein magischer Kachelofen eine feine Sache. Aber im Sommer könnte es in diesem kleinen Zimmer schnell unerträglich heiß werden. Ich muss auch kurz die Musik ein bisschen ändern. Das ist ja fürchterlich. Ja... Nein, nichts im Hauptmenü. Spielfortsetzung. Wenn man sonst nichts mehr von Wilbur versteht. Ich fühle die Wärme. Au! Der Stein ist mehr als warm. Okay. Was haben wir hier noch so? Betrachte die Schuhe. Das muss der älteste Schuh sein, den ich jemals gesehen habe. Er ist so alt, dass er sogar das Müffeln verlernt hat. Das ist seltsam. Unten im Schuh liegt Papier. Vielleicht hat der Schuh ein Loch und das Papier sollte den Träger vor nassen Füßen bewahren. Hm. Das Blatt stammt aus einem Buch. Es ist in der Mitte gefaltet und vorne und hinten bedruckt. Er gibt vier Buchseiten. Es wurde nicht herausgerissen. Sieht eher aus, als hätte sich das Blatt aus dem Leim gelöst. Ich stecke es ein. Ein gefaltetes Blatt aus einem Buch. Insgesamt vier Seiten wurden darauf gedruckt. Ich weiß nicht, was für ein Buch es ist, aber ich sollte die Augen nach weiteren Seiten offen halten. Hm. Okay. Was haben wir hier? Betrachte die Packung Tierfutter. Es kann auf Dauer nicht gesund sein, wenn Fridolin immer nur Pergament und alte Schriftrollen frisst. Vielleicht mag er auch das Tierfutter, das ich gekauft habe. So, ein Tierfutter. Meister Markus und der Erzmagier waren so damit beschäftigt, die Stadt wieder aufzubauen, dass niemand Gelegenheit hatte, mir etwas übers Unterrichten beizubringen. Unten in der Stadt stand dieser Karton in einem Schaufenster. Ich dachte mir, er könnte nützlich sein. Immerhin sind Kinder mit Zauberstäben darauf abgebildet. Aber leider scheint es dabei nur, um diese Tricks zu gehen. Wie die Sache mit Herrn Wuppermann, dem Zylinder und dem Kaninchen. Ein kurzes weißes Seil, ein paar Würfel, Spielkarten und eine Anleitung, wie man die Leute hinters Licht führen soll. Das ist einfach nicht richtig. Echte Magie oder gar keine? Echte Magie oder gar keine? Das haben wir hier betrachtet den Kräften. Es sah hier schon so aus, bevor ich eingezogen bin. Generationen von Lehrern müssen ihren Kram hier zurückgelassen haben. Ich mag das. Die Schule hat eine Geschichte. Und wenn ich Zeit habe, werde ich in ihr stöbern. Du hast doch Zeit. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht zwischen dem Artefakt des Schicksals und bis jetzt? Ein paar der Kisten und Kartons sind beschriftet. Finger weg. Eigentum des Halbblutprinzen. Schrödinger. Hm. In der Kiste könnte eine tote Katze sein. Oder nicht? Hihihi. Halbblutprinz nahe. Eine Anspielung auf Harry Potter. Mr. Potter. Das ist mein Vertrag. Unterschrieben vom Erzmagier. Ich bin der erste Lehrer in der Schule für Zauberei und Hexerei. Zumindest seitdem die Schule wieder aufgetaucht ist. Erst wollte ich nicht annehmen. Ich weiß ja fast nichts über Magie. Aber Meister Alistair meinte, es gäbe nur noch sehr wenige Zauberer und ich hätte die Magier-Ausbildung schneller bestanden als jeder andere. Ich sei genau der Richtige für den Job. Ich wollte gerne helfen und mehr über Magie erfahren. Also habe ich zugesagt. Hoffentlich war das die richtige Entscheidung. Ich will Meister Alistair nicht enttäuschen. Ich weiß nicht, ob du ihn enttäuscht oder nicht. Oh, betrachte den Teddy. Na komm, Teddy betrachten. Der Teddy ist nur ein Andenken und moralische Unterstützung von zu Hause. Eine weiche und kuschelige moralische Unterstützung. Das Bett ist recht gemütlich. So gemütlich, dass Fridolin es in Beschlag genommen hat. Aber das ist okay. Freunde teilen und er lässt mich am Fußende schlafen. Bitte was? Früher hätte ich mich in so einer Situation im Bett verkrochen und gehofft, dass sich alles irgendwie von alleine regelt. Aber heute geht das nicht mehr. Ja, ich bin Professor für Magie und muss meine Probleme selber lösen. Das Bett ist recht gemütlich. Aber das... Was haben wir hier? Äh, betrachte das Bett. Äh, Peeling ist Hasenschar. Was haben wir hier? Das ist die Fliegerbrille, die mein Opa mir vor meiner ersten Reise nach Seefels gegeben hat. Naja, oder eine Fliegerbrille. Das Original ging verloren, als Opa mich aus der Kanone abfeuerte. Ich habe herausgefunden, dass Opa einen ganzen Karton mit diesen Brillen hat. Jedes Mal, wenn er jemanden zu einer waghalsigen Dummheit überreden will, schwingt er eine feierliche Rede und verschenkt seine alte Fliegerbrille. Meine ganze Familie ist im Weißkammgebirge geblieben. Was sollen sie auch hier in Seefels? Das ist nicht ihre Welt. Die kleine Sydney kann mittlerweile laufen und erreicht alles, was auf den Werkbänken liegt. Das hat ihren Erfindungsoutput verdreifacht. Maggie baut keine Kampfroboter mehr, seit der Krieg vorbei ist. Sie experimentiert nun mit Rechenmaschinen. Aber Opa sagt, das hat keine Zukunft. Es war nicht leicht, Ihnen zu sagen, dass ich kein Ingenieur, sondern Magier bin. Mama meinte, sie hätte es immer geahnt. Deine Mutter weiß ja immerhin was. So, was haben wir hier? Der Zauberstab. Mein Zauberstab. Der König der Diebe hat ihn mir während meiner Magierausbildung besorgt. Er und die anderen Ratten haben in den letzten Monaten unermüdlich geholfen, die Stadt wieder aufzubauen. Sie arbeiten eng mit dem Erzmagier zusammen, wenn auch meistens im Verborgenen. Ich nehme ihn mal mit. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie er genau funktioniert. Manchmal vollbringt er ganz erstaunliche Magie, manchmal streikt er selbst bei einfachsten Aufgaben. Erzmagier Alistair hat versprochen, ihn sich bei Gelegenheit einmal anzusehen. Vielleicht hat er einen Wackelkontakt oder sowas. Betrachtet die magische Kugel? Mit solchen Kugeln können sich Magier über weite Strecken hinweg unterhalten. Meister Markus hat es mir erklärt. Er wird wissen, wie ich aufmüpfige Schüler bändigen kann. Dann benutze ich sie mal. Also, wie war das? Sechs, vier, sieben, drei, eins. Was? Wer ist da? Falsch verbunden. Was war das denn mit der Telefonnummer? Ich weiß die Nummer nicht mehr, über die ich Meister Markus erreichen kann. Ich hatte sie auf meinen Notizblock geschrieben. Und dies frisst gerade Fridolin auf. Das ist Fridolin, mein Hasenschaf. Ich musste während meiner Magier-Ausbildung einen Verwandlungszauber vorführen. Und das ist das Ergebnis. Ich glaube, wir geben ein gutes Team ab. Ein junger Magier und sein Hasenschaf, die gemeinsam finden. Leider tut Fridolin nicht viel, außer im Bett zu liegen und zu futtern. Ich muss ihn erst noch von der Sache überzeugen. Ich habe ein paar Mal darüber nachgedacht, ob ich versuchen soll, Fridolin ganz in ein Schaf zu verwandeln oder zurück in ein Kaninchen. Aber er scheint ganz zufrieden zu sein, so wie er ist. Und ich habe Angst, dass ich ihn aus Versehen in einen Elefanten oder ein Stinktier verwandle. Okay, wir machen es so. Ich gebe dir leckeres Tierfutter und du gibst mir dafür meinen Notizblock wieder. Okay, Kumpel. Gut, ich zuerst. Äh, okay. Dann jetzt bitte meinen Notizblock. Hey, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Schüttere Futter aufs Bett. Vielleicht kann ich Fridolin von meinem Notizblock weglocken. Das war's. Mehr ist nicht drin. Hey, Fridolin. Schau, Futter. Du musst nur hinhoppeln und es geholen. Echt jetzt? Wow. Mein Hasenschaf hat super Kräfte. Aber jetzt ist das Futter leer und Fridolin scheint immer noch Hunger zu haben. Ah, kein Wunder. Ich habe es nicht richtig gemacht. Hier steht, platzsparendes Instant-Trockenfutter vor der Fütterung in Wasser aufquellen lassen. Mist. Verdammt. Wie wäre es mit etwas Wasser, um das Futter runterzuspülen? Das habe ich mir gedacht. War ziemlich trocken, das Futter, oder? Siehst du, wie gut ich mich um dich kümmere? Vielleicht könnten wir dann jetzt nochmal auf meinen Notizblock zu sprechen kommen. O-oh. Ups. Ähm. Ich lese nächstes Mal erst die Anleitung. Versprochen. Entschuldigung. Oh, das arme Ding. Oh, das arme Ding. Das tut mir ziemlich so leid. So. Ups, ja, das wollte ich doch gar nicht. Ähm, ich wollte... Hier steht, Meister Markus. Nur in Notfällen. 6, 4, 1, 7, 9. Wenn das kein Notfall ist, ich verliere den Respekt meiner Schüler noch, bevor ich ihn hatte. Dann rufen wir ihn mal an. Also gut. 6, 4, 1, 7, und... ähm, 9. Hoffentlich klappt es dieses Mal. Ja, hallo? Meister Markus! Wilbur! Was ist denn? Da ist dieser Junge. Der ist frech und unverschämt und er hört nicht auf mich. Wilbur, du bist jetzt Lehrer. Natürlich sind die Schüler frech und unverschämt. Du musst dich durchsetzen. Ich bin doch erst seit ein paar Tagen Lehrer und ich bin ganz alleine. Und die Schule ist unheimlich und es gibt keine Lehrbücher und niemand will etwas lernen und... Wilbur, niemand erwartet von dir, dass du sofort der perfekte Lehrer bist. Begeistere deine Schüler für Magie. Das wäre ein guter Anfang. Äh, ich würde ja meine Schüler begeistern, aber wie soll ich das anstellen? Aber wie soll ich denn meine Schüler begeistern? Ich habe keine Ahnung von Geschichte der Zauberei. Offensichtlich nicht. Sonst wüsstest du, dass man damit keine Hexe hinter dem Ofen hervorlocken kann. Aber es steht auf dem Lehrplan. Ach, vergiss den Lehrplan. Mach das, was du gut kannst. Zaubere. Bring sie zum Staunen. Bring sie dazu, das auch können zu wollen. Aber ich weiß nicht, wie. Wilbur, du hast ein Schaf aus einem Zylinder gezaubert und wusstest nicht, wie. Geh da raus und hau sie um. Lass die Magie die Arbeit tun. Du weißt vielleicht nicht, was du tust, aber du tust es. Einfach zaubern? Einfach zaubern. Ihr Bruder hat mich ein Naturtalent genannt. Ich bin wirklich ganz gut im Zaubern, oder? Du hast in deiner Ausbildung ein paar unglaubliche Dinge geleistet. Ich wünschte nur, ich könnte die Magie besser kontrollieren. Manchmal sprudelt sie nur so aus mir heraus und dann wieder nichts. Hm, ich schätze, das kommt mit der Zeit. Und wenn nicht, musst du dich auf deinen Erfindungsreichtum verlassen. Warum muss ich alleine hier unterrichten? Warum gibt es keine anderen Lehrer? Im Krieg sind viele Magier umgekommen. Es gibt nur noch wenige von uns. Und die meisten, die überlebt haben, gehen lukrativeren Beschäftigungen nach. Alchemie, Geisterjagd, Kindergeburtstage. Aber es ist doch wichtig, neue Magier auszubilden. Wenn die Besten von uns nur hinter dem Goldherr sind, wer soll sich dann um die nächste Generation kümmern? Lehrer zu sein ist eine wichtige und ehrenvolle Aufgabe, Wilbur. Auch wenn andere sie geringschätzen. Wenn es eine so wichtige Aufgabe ist, warum sind Sie dann nicht Lehrer an dieser Schule? Ach, Politik. Mein Bruder ist der Erzmagier und er steht im Wahlkampf. Würde er seinem eigenen Bruder einen Posten verschaffen, seine Gegner würde es freuen. Aber ich bin auch nicht böse drum. Ich habe meinen Teil geleistet. Ich habe Magier ausgebildet, als niemand anderes es mehr getan hat. Und ich habe den talentiertesten Gnomenmagier gefunden, den die Welt je gesehen hat. Oh, das ist aber sehr nett von ihm. Es muss vor langer Zeit einmal einen Gnom mit großer Zauberkraft gegeben haben. Er hat irgendeinen Drachen erschlagen. Gräma, der letzte der großen Drachen, wurde der Legende nach von einem Gnom besiegt. Genau den meine ich. Wie hieß der Gnom? Das weiß niemand. Er traf ein in Zeiten größter Not und rettete die Menschen des Südlands, indem er Unmögliches vollbrachte. Dann verschwand er spurlos. Wow! Aber einer meiner Schüler hat mich nach seinem Namen gefragt. Dann wollte er dich wohl aufs Glatteis führen. Einige Schüler wollen deine Schwachstellen finden und ausprobieren, wie weit sie gehen können. Lass dir nichts gefallen. Danke für Ihre Hilfe, Meister Markus. Ich bringe die Stunde irgendwie hinter mich und dann melde ich mich nochmal. In Ordnung? Nein, tut mir leid. Du hast mich beim Packen erwischt. Ich breche auf, um mit ein paar Freunden zwei spannende Wochen zu erleben. Sie fahren in den Urlaub? Jetzt? Vielleicht ist es mehr als nur ein Urlaub. Ich habe die Zaubererschule verkauft, wie du weißt. Ich möchte mir etwas Neues aufbauen. Endlich das tun, was mir wirklich Spaß macht. Rollenspiele. Rollenspiele? Live-Rollenspiele. In ein paar Tagen geht es los. Wir lassen die normale Welt der Magie, Monster und Verliese hinter uns und tauchen ein in eine Fantasiewelt. Ich bin ein Umzugsunternehmer, der mit seinem Lastwagen in einen Stau geraten ist und deswegen eine Nacht in einem Motel übernachten muss. Kannst du dir vorstellen, was da für Abenteuer auf mich warten könnten? Aber ich dachte, Lehrer zu sein ist so wichtig und ist es ja auch. Viel Spaß damit. Meister Markus? Hallo? Oh, das hatte ich im Stich gelassen. Aber auch echt blöd von ihm. Nun gut, wir haben eine Information mehr, die uns glaube ich helfen kann. Ich hoffe, die können wir in der nächsten Folge verwenden. Bleibt zu mir gebogen und bis morgen. Ciao! Ciao!